Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch die neue, alte Ultimatum-Leak-Mechanik vor. Ursprünglich zu spielen, damals im Update 3.14, war sie lange Zeit verschollen, aber nach vielfachem Wunsch der Fans, mich eingeschlossen, ist die Mechanik jetzt in 3.23 wieder zurückgekehrt. Ich möchte euch nun zeigen, um was es in Ultimatum geht, wie das Ganze funktioniert, was für Loot es gibt und natürlich ob es sich überhaupt lohnt. Fangen wir mit dem Allgemeinen mal an. In den Maps haben wir standardmäßig wie bei jeder anderen Leak-Mechanik eine 8% Chance auf den Prüfungsmeister und seinem Altar zu treffen. In diesem Altar winkt uns eine Belohnung, wenn wir die Prüfung akzeptieren. Dafür müssen wir aus einem von drei Modifikatoren wählen, die die Prüfung schwerer machen. Ab jetzt geht es quasi wellenförmig weiter. Nach jeder Welle pausiert das Spiel und zeigt uns die nächste potenzielle Belohnung, wenn wir einen weiteren Modifikator auswählen. An der Stelle können wir aber sagen, nee du, das ist mir zu schwer, gib mir einfach den Loot, den ich bis dahin gekriegt habe. Denn, wenn wir im Ultimatum-Kampf sterben oder zu lange außerhalb der Arena stehen, verlieren wir sämtlichen Loot, der uns bis dahin angeboten wurde. Man muss hier also immer abschätzen, ob wir das Risiko eingehen wollen oder auf Nummer sicher gehen. Natürlich wird der Kampf mit jeder Welle immer härter, da ja auch immer weitere der erschwerenden Modifikatoren hinzukommen oder die, die bereits ausgewählt wurden, nochmal verstärkt werden. Bis zu 10 Wellen können wir abschließen. Mit Atlas-Punkten können wir das sogar noch auf 13 Wellen erhöhen. Ab Stufe 14 Maps gibt es bei der 10. Welle eine sehr geringe Chance, dass wir zum Boss teleportiert werden, der dann natürlich nochmal mit seinem eigenen Loot daherkommt. Ultimatum ist jedoch nicht gleich Ultimatum. Es gibt vier verschiedene Arten. Mal müssen wir einfach Wellen von Monstern schlachten, mal einfach nur eine gewisse Zeit pro Welle überleben. Manchmal müssen wir in Steinkreisen stehen oder den Altar in der Mitte beschützen. Lootmäßig gibt es allerlei und oft auch allerlei Quatsch. Besonders frustrierend ist es, wenn man sich bis Welle 10 vorangekämpft und als Belohnung dann siebenmal Müll auf einen wartet. Insbesondere auch im Hinblick der Tatsache, dass die Monster aus Ultimatum generell keinen Loot fallen lassen. Dennoch können da natürlich auch Divines oder wertvolle Weissagungskarten als Belohnung auf einen warten. Und Katalysatoren. Ursprünglich der Metamorph-Mechanik zugehörig, bekommt man jetzt die Katalysatoren, um die Qualität unseres Schmucks zu verbessern, von der Ultimatum-Mechanik. Metamorph existiert in 3.23 nicht mehr und wurde durch Ultimatum ersetzt. Und von den Katalysatoren kriegt man gar nicht mal so wenig. Schauen wir uns das jetzt nochmal im Detail an und vor allem, wie wir die Ultimatum-Mechanik mit Atlas-Punkten unseren Wünschen entsprechend anpassen können. So, fangen wir also erstmal damit an, wie man Ultimatum überhaupt auf die Map bekommt. Wie gesagt, standardmäßig ist das eine 8% Chance. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Wir haben natürlich Atlas-Punkte, selbstverständlich. Die sind ja, glaube ich, irgendwo hier drüben. Genau, hier kann man die Punkte natürlich nehmen, um die Chance nochmal ein bisschen zu erhöhen. Es gibt einen Kartenapparat-Mod für aber 10 Chaos. Das ist ein bisschen teuer, den würde ich, glaube ich, nicht nehmen, weil wir können natürlich auch, wie immer, Skarabeen nutzen. Skarabeen sind hier wohl wahrscheinlich die beste Wahl, denn mit diesen Dingern kriegen wir auf jeden Fall immer eine Ultimatum-Begegnung auf der Map. Und hier gibt es natürlich wieder verschiedene Formen mit verschiedenen Boni. Der stinknormale, verrostete Skarabeus gibt uns einfach nur die Ultimatum-Begegnung. Der Versilberte gibt nochmal ein bisschen mehr Erfahrung von den Monstern in der Ultimatum-Begegnung. Ist jetzt auch nicht so dolle. Aber interessant wird es hier ab den Vergoldeten. Denn hier gibt es nicht nur mehr Erfahrung, sondern auch Ultimatum-Belohnungen gewähren Belohnungen, als ob eine zusätzliche Runde abgeschlossen worden wäre. Das ist, glaube ich, ein bisschen missverständlich formuliert, weil ich zuerst auch dachte, dass das so gemeint ist, dass ich quasi, wenn ich diese nächste Belohnung sehe und dann aufhöre, dass ich die trotzdem noch kriege. Das ist aber eher so gedacht, dass man die geilen Belohnungen aus späteren Wellen schon früher kriegt. Weil natürlich in der Ultimatum-Begegnung ist es so, dass die Belohnungen in Welle 9 durchschnittlich besser sind, als die, die man nach Welle 2 kriegt. Und mit diesem Modifikator ist das aber so, dass das quasi so ein bisschen nach vorne rückt. Das heißt, wir kommen schneller an den besseren Loot. Und davon gibt es noch ein paar mehr Modifikatoren, auch auf dem passiven Baum im Atlas zum Beispiel. Und natürlich gibt es dann auch noch diese geflügelten Skarabeen. Hier kriegen wir nochmal mehr Erfahrung und das Ganze wird mit zwei zusätzlichen Runden gemacht. Also im Prinzip bedeutet das, wir würden quasi in Runde 6 die Belohnung kriegen, die wir sonst erst in Runde 8 erhalten würden. So ist der Modifikator gemeint. Die kosten aber auch irgendwie 35k aus einzeln und wahrscheinlich, wenn man die in Massen kauft, noch viel, viel mehr. Ja, deswegen, da muss man ja wirklich schon sehr viel Ultimatum spielen, um da noch irgendwie Loot richtig rauszukriegen. Ich bin mit den vergoldeten Skarabeen sehr zufrieden gewesen. Alles da drunter würde ich wahrscheinlich nicht nehmen, auch wenn das günstiger ist. Ich habe für die jetzt in Massen so 8, 9 Chaos bezahlt, wenn ich davon direkt so 20 Stück oder so gekauft habe. Wenn man die einzeln kauft, kosten die 3, aber dann muss man die halt eben auch einzeln kaufen. Das ist ja ein bisschen nervig. Und diesen Mod, mit dieser zusätzlichen Runde, wird ihr auf jeden Fall schon mit reinnehmen. Das heißt, ich würde mindestens die vergoldeten Skarabeen nutzen, wenn man Ultimatum farmen möchte. Neben Skarabeen gibt es natürlich auch noch Verzauberung für unsere Sextanten, also hier für unsere leeren Steine. Und das sind die hier, wenn man sich die kaufen möchte mit dem geladenen Kompass. Eure Karten enthalten eine Ultimatumbegegnung. Es gibt leider keine anderen Sextanten für Ultimatum, also dass wir dann nochmal irgendwie krasseren Loot kriegen oder so. Das ist, soweit ich sie gesehen habe, das Einzige und ich würde es dann eben auch nicht verwenden, wenn ich einfach die vergoldeten Skarabeen nutzen kann. Deswegen ist das hier einfach schon die beste Variante. Und um den maximalen Profit dann eben rauszukriegen, brauchen wir nicht nur diese Skarabeen, sondern auch entsprechende Atlas-Punkte. Wenn wir uns jetzt also mal diesen Atlas beispielhaft anschauen, dann sehen wir, wo überall Ultimatum-Punkte sind. Und das sind hier quasi in dem unteren Bereich so ein bisschen, als auch oben in dem Bereich. Wir haben also zahlreiche Punkte, die wir wählen können. Wir müssen aber nicht alle nehmen, denn die Punkte sind dafür da, Ultimatum ein bisschen dahin zu modifizieren, wie wir das gerne spielen wollen würden. Wie gesagt, hier unten gibt es einfach nur die Chance auf Ultimatum. Die brauchen wir ja nicht, wenn wir Skarabeen nutzen, dann brauchen wir die Chance ja nicht. Das heißt, diese Punkte müssen wir nicht nehmen. Dann gibt es hier so einen größeren Kreis, wo ich auch nur die Hälfte genommen habe. Denn hier gibt es nochmal diesen Punkt mit dem gleichen Bonus wie von der vergoldeten Skarabee, dass wir Belohnungen kriegen, als ob wir eine Runde höher schon sind. Und dafür verkleinert sich aber der Radius der Arena jede Welle. Das ist nicht allzu schlimm, weil die Arena am Anfang relativ groß ist. Das heißt, wenn die ein bisschen kleiner wird, ist das nicht so problematisch. Das kann man also mitnehmen. Der Punkt ist eigentlich auch sehr stark, denn hier haben die Ultimatum-Belohnungen eine 25-prozentige Chance, dupliziert zu werden. Und es kann schon mal sein, dass wir 3 Divine als Belohnung kriegen. Und dann hätten wir ja 6 Divine, wenn das noch klappt. Das Problem ist, Ultimatum-Modifikatoren in euren Karten starten einen Level höher, falls möglich. Es gibt Modifikatoren, zum Beispiel das mit dieser Chaos-Wolke, die kommen in 4 Stufen. Oder auch das mit diesen komischen Kreissägen, die verderbtes Blut anwenden. Die kommen auch in verschiedenen Stufen. Und die starten dann direkt so eine Stufe höher. Das ist relativ schwer. Das kommt aber auf eurem Bild an. Wenn ihr das gut handeln könnt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne mitnehmen. Aber ich würde es mir nicht allzu schwer machen, weil ich mich auch kenne. Ich bin immer so risikofreudig und dann sterbe ich vielleicht öfter einfach nur, weil wir dann schon mal höheren Modifikate sind. Und eine 25-prozentige Chance ist mir auch einfach nicht hoch genug. Wenn das 50% werden, würde ich es mir wahrscheinlich nochmal überlegen. Aber wie gesagt, wenn euch das egal ist, wenn ihr quasi einen krassen Bild habt, dann nehmt diesen Punkt ruhig mit für noch mehr Loot. Gucken wir uns das jetzt nochmal links an. Was gibt es hier für Kreise? Hier gibt es Kreise, wo wir sagen können, welche Art von Ultimatum wir bevorzugen. Denn jeder Punkt hier sorgt dafür, dass quasi diejenige Ultimatum-Mechanik eine höhere Chance hat zu bekommen. In dem Fall also schützt den Altar, schlachtet sie alle, überlebt den Angriff, das ist Überleben, oder eben erobert die Steine. Und ich habe festgestellt, für mich am besten ist immer Überleben. Das ist irgendwie am einfachsten, weil wir da nichts machen müssen, außer rumrennen und warten, bis die Welle vorbei ist. Und schlachtet die Monster ist eigentlich auch ganz okay, weil wir dann einfach nur Monster töten müssen. Deswegen habe ich die beiden genommen. Wenn ihr aber sagt, ich mag das aber eher in den Steinkreisen zu stehen oder ich mag es, den Altar zu beschützen oder was auch immer, könnt ihr hier nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt auch alle nehmen und dann durch die Boni einfach die Ultimatum-Mechanik generell erleichtern, weil hier kriegen wir ja, dass die Altar mehr Leben haben. Hier kriegen wir, dass wir weniger Monster schlachten müssen. Hier wird die Zeit verringert, die wir überleben müssen und so weiter. Ihr könnt auch alle Punkte mitnehmen, aber ich will eigentlich nur die beiden haben und die kommen dann auch durchaus relativ häufig, sodass ich die Punkte genommen habe. Dann gibt es hier diesen großen Punkt. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der den Kampf schwerer macht und dafür uns aber irgendwie ein anderer Boni prägt. In dem Fall wenden Ultimatum-Monster Verderben an und das gibt es auch als Modifikatoren im Ultimatum generell und das stackt sich. Das heißt, wenn wir getroffen werden, kriegen wir ein Verderben. Und hier steht ja, beim Erreichen von sieben Verderben schlägt das Ultimatum fehl und dann verlieren wir sämtlichen Loot. Das heißt, wir müssen dann aufpassen, dass wir nicht getroffen werden, damit wir keinen Verderben stacken. Das gilt auch für den Modifikator im Spiel, quasi in der Ultimatum-Mechanik. Da gibt es auch verschiedene Verderben-Modifikatoren, dass wir da auf jeden Fall aufpassen müssen, nicht auf sieben Verderben zu kommen, weil sonst ist es vorbei und der Loot ist weg. In dem Fall würden wir als Bonus kriegen, dass die ganzen Kreaturen und die Modifikatoren weniger Schaden machen, was ganz nett ist. Aber mir fällt es sehr schwer, um den Überblick zu behalten, wo Monster sind und so weiter und wenn die mich angreifen, wo die Attacken sind, das generell gut auszuweichen. Wenn ihr sehr viel Ausweichwert habt, ist das glaube ich ganz gut, weil ihr dann ja wahrscheinlich auch dem Verderben ausweicht. Das wäre glaube ich da eine gute Gelegenheit, das zu nutzen, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass die irgendwie Schaden machen und so. Ich hatte damit eigentlich nicht wirklich Probleme, deswegen habe ich diesen Punkt nicht mitgenommen. Dann geht es weiter hier oben, hier gibt es nochmal so ein paar Punkte, gucken wir uns erstmal die hier an. Hier können wir sagen, welche Belohnungen am häufigsten im Ultimatum kommen sollen. In dem Fall also hier zum Beispiel Weissagungskarten und in dem Fall natürlich Währungsgegenstände, also Currency. Das ist das, was ich möchte. Der dritte Punkt hier ist einfach nochmal erhöhte Chance für einzigartige Gegenstände. Können natürlich auch krasse einzigartige Gegenstände drin vorkommen, aber mir geht es immer eher so um Karten oder um Currency. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall mitnehmen. Dann gibt es hier nochmal einen großen Punkt. Spieler können nicht auswählen, welcher Ultimatum-Modifikator für jede Runde angewendet wird. Das heißt, die Wahl zwischen 1, 2 oder 3 fällt weg. Das ist einfach zufällig. Ultimatum-Begegnungen in euren Karten dauern 3 zu sich Runden. Damit kommen wir eben auf 13 Runden. Aber wir können nicht mehr gegen den Boss antreten. Das heißt, die Chance, dass wir zum Boss teleportiert werden nach der 10. Runde ist dann weg. Und dafür dauern die Ultimatum-Begegnungen aber 13 Runden. Und man muss bedenken, mit jeder Runde steigt ja die Qualität der Belohnung, die wir erhalten würden. Das heißt, in Runde 13 würden wir nochmal richtig krassen Loot wahrscheinlich finden, den wir so in Runde 10 nicht finden würden. Aber das muss auch wieder, euer Bild muss das dann abkönnen, dass ihr quasi mit sämtlichen Ultimatum-Modifikatoren gut klarkommt, weil ihr die eben nicht mehr auswählen könnt. Das ist mir persönlich auch zu zufällig. Ich möchte das nicht. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich nehme diesen Punkt nicht mit. Außerdem bin ich direkt bei meinem dritten oder vierten Ultimatum zum Boss gekommen, der mir ein richtig geiles Schild gegeben hat, das richtig viel wert war. Und seitdem habe ich mich in den Boss verliebt und ich möchte den Boss immer spielen. Deswegen habe ich diesen Punkt nicht mitgenommen. Denn der letzte Ultimatum-Kreis hier oben sorgt nochmal dafür, dass wir die erhöhte Chance haben, einen Boss zu treffen. Außerdem lässt er dann nochmal zufällig Katalysatoren fallen und zwar in einem ganzen Stack. Das heißt, mein Fokus war hier, den Boss zu finden und zu klatschen. Das Problem ist, ich habe den bislang einmal gefunden. Der ist also wirklich sehr, sehr selten. Der kommt echt nicht häufig. Das war damals schon so und ist jetzt immer noch so. Oder ich war einfach nur sehr unlucky. Das kann auch sein. Das sind also die Atlas-Punkte, die wir so nehmen können. Kommen wir jetzt nochmal zum Loot. Und wie gesagt, haben wir ja hier schon gesagt, es gibt Weißerungskorten, es gibt Currency und es gibt natürlich Katalysatoren, die es vorher sonst in der Metamorph-Mechanik gab. Und da sammeln sich doch so einige an. Es sind natürlich nicht alle was wert. Einige sind wirklich nur so ein Chaos-Wert oder so. Aber es gibt auch welche, die richtig viel wert sind, wie zum Beispiel die für diese Widerstandsmodifikatoren. Die konnte ich für 20 Chaos pro Stück verkaufen. Die Preise schwanken natürlich immer pro League und auch pro Woche gefühlt. Das heißt, guckt da mal lieber nochmal nach. Aber hier war ein Katalysator schon 20 Chaos wert. Diese Lebenskatalysatoren waren so 7 bis 8 Chaos wert. Und ich glaube hier Attribute waren so 3 Chaos wert. Und ihr seht, da sammelt sich dann doch schon einiges an. Das sind so ein paar 100 Chaos und ein paar Divines, die man dann doch so nebenbei findet, wenn man ein Ultimatum macht. Das heißt, deswegen lohnt es sich schon, das zu machen. Wenn man das jetzt auch mit anderen League-Mechaniken vergleicht, würde ich sagen, schneidet das eher so durchschnittlich ab. Da gibt es andere League-Mechaniken, die da quasi pro Stunde durchaus mehr hergeben an Geld, das man damit verdienen kann. Und man hat natürlich bei Ultimatum auch noch das Risiko, alles zu verlieren, wenn man plötzlich irgendwie stirbt oder irgendwas falsch macht oder auszusehen den falschen Modifikator nimmt und so weiter. Deswegen insgesamt ist es wohl eher so unterdurchschnittlich kann man sagen. Und nichtsdestotrotz macht man damit Gewinn. Also auch wenn ihr die vergoldeten Skarabänen kauft und so weiter, macht ihr damit Gewinn. Es droppen aber nicht nur Kasselatoren, sondern auch diese komischen Dinge hier. Die Inschrift des Ultimatums. Das sind quasi eigene Ultimatum-Maps, die einen ganz spezifischen Nutzen haben. Und zwar steht ja hier zum Beispiel oben, erfordert Opfer der verzogene Prinz mal 2. Und die Belohnung ist, verdoppelt geopferte Weißagungskarten. Das heißt, wir würden aus 2 4 Prinzen machen. Das gibt es nicht nur mit Weißagungskarten, das gibt es zum Beispiel auch, wo haben wir mal eine hier, mit Währungen. Sphäre der Umkehr würde verdoppelt werden. Chaosphäre mal 20 würden wir dann 40 Chaosphären am Ende kriegen, also auch wieder verdoppelt. Gibt es aber auch noch mit einzigartigen Gegenständen, wo wir einen einzigartigen Gegenstand reinlegen und dafür einen anderen bekommen. Da müssen wir natürlich immer gucken, okay, was ist das denn überhaupt wert? Lohnt sich das überhaupt? Denn die einzelnen Inschriften kommen dann natürlich mit verschiedenen Modifikatoren wieder daher, die quasi frei ausgewürfelt wurden. Und je krasser die Belohnung ist, desto schwerer ist natürlich auch die Inschrift. Ihr müsst dann hier also gucken, ob ihr mit den ganzen Modifikatoren klarkommt. Aber auch hier können natürlich einige geile Sachen sein. Wenn zum Beispiel hier Opfer irgendeinen Gürtel und du kriegst einen Headhunter-Gürtel dafür, ist das natürlich schon ziemlich mächtig. Aber wenn ihr die nicht laufen wollt, könnt ihr die auch einfach verkaufen. Die droppen generell bei Ultimatum-Mechaniken und mit ein paar Atlas-Punkten sogar generell in den Maps. Und bislang habe ich da so ein paar gemacht, um mal so ein paar Chaos oder auch sechs Tanten rauszukriegen. Ihr könnt ja hier zum Beispiel auch den mit dem X hier machen, dann kriege ich zwei X da raus. Aber ob sich das dann immer so lohnt, für einen X da irgendwie jetzt eine halbe Minute da irgendwie rumzurennen, weiß ich nicht. Da muss, glaube ich, schon ein bisschen mehr Loot bei rumkommen. Eine Sache zu den Katalysatoren möchte ich noch sagen. Und zwar gibt es dieses 3 zu 1 Rezept auch für die Katalysatoren. Das heißt, wenn ihr hier irgendwie neun Stück verkauft oder eben drei, kriegt ihr einen zufälligen zurück. Das heißt, wenn ihr da eure nicht wertvollen Katalysatoren irgendwie umtauschen wollt gegen zufällige, könnt ihr das machen. Und vielleicht kommt ja irgendwas rum, was wertvoll ist. Hier zum Beispiel, das ein Ding ist ja schon mal 3 Chaos wert. Der Rest ist jetzt aber auch nicht so viel. Mit viel Glück kommt vielleicht so ein prismatischer Katalysator daher mit sehr viel Wert. Aber ja, könnt ihr machen. Ich wollte es nochmal erwähnen. Ich habe es, glaube ich, ich würde es nicht machen. Ich wollte die so einfach verkaufen. Die Dinger hier oben sind neu. Die droppen jetzt auch vom Ultimatum-Boss. Korrosive Katalysatoren, damit können wir eben an verderbten Schmuck auch die Qualität zufällig verändern. Sind auch ziemlich was wert, droppen aber, soweit ich es gesehen habe, nur vom Boss in Ultimatum. Kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Ultimatum-Modifikatoren und welche da besonders gefährlich sind. Zumindest nach meinem Empfinden. Das ist natürlich sehr bildabhängig. Wie stark euer Bild ausgebaut ist, gegen was er gut ist, gegen was er schwach ist und so weiter. Ich habe mir ja mit meiner Eisnummer-Akutiste so ein bisschen um Ultimatum zumindest rumgebaut, wie wir gleich sehen werden. Denn wenn wir mal in die Datenbank gucken, sind alle Modifikatoren aufgeführt. Sehen wir auch die, die quasi verschiedene Stufen bis zur Stufe 4 kriegen können. Und hier ist der erstickende Gifthauch. Das ist eine Wolke, die Chaos schaden. Über Zeit wo er sagt, ich bin mit meinem Bild Chaos immun. Deswegen kann ich die auf jeden Fall nehmen. Nervig wird die aber nur auf Stufe 4, weil sie dann nicht mehr nur Chaos-Schaden macht, sondern mich auch noch verlangsamt. Und das ist dann wiederum nervig. Das heißt, ich versuche die so selten wie möglich auf Stufe 4 zu kriegen. Maximal auf Stufe 3. Und wenn es dann nicht anders geht, dann nehme ich die Stufe 4 halt mit. Dann muss ich mich halt schnell bewegen. Nervig sind auch diese Sturmbeschwörer-Runen. Das sind Runen auf dem Boden. Wenn man da zu lange drauf stehen bleibt, dann blitzt es von oben. Und die sind relativ groß. Und mit höherer Stufe sind das auch noch richtig viele. Und dann darf man auch gar nicht mehr so lange drauf stehen, sonst blitzt es sofort. Das heißt, die versuche ich auch immer zu vermeiden. Und wenn, dann nur in den niedrigen Stufen zu kriegen. Hüllenschädel quasi dasselbe. Die sind in den niedrigen Stufen noch gar nicht so nervig. Aber in den höheren Stufen sind da so viele Schädel, die so Feuerwellen spucken, die dann auch richtig viel Schaden machen könnten und so weiter. Die sind für mich auch ein bisschen nervig. Wenn euer Bild sehr tanky ist, ist das wahrscheinlich nicht mehr für euch so nervig. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Als nächstes die Eisige Kälte. Die ist eigentlich ganz okay. Zumindest auch wieder in den niedrigeren Stufen. Das sind so kleine Kugeln. Und wenn man da drüber läuft, dann explodieren die nach einer kurzen Zeit. Da hat man in der Regel noch genug Zeit wegzugehen. Außer natürlich dann auf Stufe 3 und 4. Weil dann explodieren die schneller. Und dann hat man nicht mehr so viel Zeit zum Ausweichen. Und wenn die dann explodieren, können die auch durchaus gut Schaden machen. Gerade bei Stufe 4 frieren die dann auch noch ein. Aber die meisten Bild sind ja eigentlich gegen Einfrieren immun. Deswegen sollte das kein Problem sein. Die sind okay. Die finde ich besser als diese Feuerspucker oder diese komischen Blitzrunen. Aufgewüheder Boden hatte ich irgendwie noch nie. Vielleicht ist das noch was Altes von 3.14. Deswegen nehmen wir das erstmal weg. Drohendes Verderben. Hier haben wir wieder diese Verderbenmechanik mit dabei. Das ist ein Geist, der euch langsam am Anfang später schneller folgt. Und wenn der euch trifft, kriegt ihr ein Verderben. Und wie immer, bei sieben Verderben ist Ultimatum vorbei. Das heißt, wenn ihr das habt, das nehme ich gerne dann in den späteren Runden. Weil ich dann nicht mehr so lange spielen muss und nicht mehr so drauf aufpassen muss, was der Geist macht. Dann ist es unwahrscheinlich, dass ich die sieben Verderben auch erreiche. Selbst wenn ihr mich aus Versehen mal trifft. Deswegen nehme ich das immer eher zum Ende eines Ultimatums. Aber auch hier maximal Stufe 1, maximal Stufe 2. Sonst versuche ich mal was anderes zu nehmen. Wie zum Beispiel die nächsten Messertanz. Das sind so Kreissägen, die beschworen werden, die verderbtes Blut anwenden. Und man kann sich relativ einfach immun gegen verderbtes Blut machen. Zum Beispiel hier über diese Meisterschaft, die es hier glaube ich links irgendwo gibt. Diese Schutzmeisterschaft. Hier gibt es, ihr könnt nicht von verderbten Blut betroffen werden. Das ist das Dritte. Oder ihr nutzt ein Juwel mit dem impliziten Multifilkator. Ihr könnt nicht von verderbten Blut betroffen sein. Und damit seid ihr schon immun gegen diese Kreissägen. Gegen diesen Messertanz und könnt ihn richtig gut ausbauen. Hier wieder problematisch. Auf Stufe 4 machen die erstens mal ganz schön gut Schaden. Und sie hinterlassen eine Spur aus blutigem Boden. Der dann aber wiederum Schaden machen kann. Deswegen hier auch ein bisschen aufpassen. Aber das sind so ein Mod, die nehme ich auf jeden Fall. Diese Chaoswolke und diesen Messertanz nehme ich für mein Bild immer mit. Weil das sind quasi die ersten Runden free for me. Ohne dass ich da auf irgendwas achten muss. Dann haben wir hier das Totem. Das nutze ich auch eher gerne hinten raus. Wenn ich quasi andere Sachen habe, die mir nicht so gefallen. Das Totem macht die Gegner stärker. Aber die Gegner leiden auch Schaden pro Sekunde. Das heißt, sie überleben da nicht ewig, sondern sind irgendwann tot. Ist also so ein bisschen gut und schlecht. Dasselbe nochmal mit dem zweiten Totem. Macht quasi dasselbe nur ein bisschen anders. Blutaltar nehme ich gerne in Stufe 1. Weil das nur so ein ganz kleiner Kreis um dem Altar und drumherum ist. Der Füßenschaden über Zeit macht. Bei der zweiten Stufe ist das schon ein sehr großer Kreis. Und gerade wenn wir unsere Arena auch noch verkleinern, ist das quasi unschaffbar dann. Deswegen hier maximal Stufe 1 für mich an der Stelle. Begrenzte Arena ist auch problematisch. Gerade in Verbindung mit den anderen Modifikatoren. Wie diese Feuerschädel, diese Blitzruhen und so weiter. Denn wenn die Arena kleiner ist, sind dann natürlich auch diese ganzen Köpfe und alles in der kleineren Arena. Die müssen ja überall Platz finden. Das heißt, die sind dann überall. Und dann wird es auch wieder ziemlich schwer. Deswegen versuche ich das auch immer zu vermeiden. Hier haben wir wieder Verderben. Nur diesmal ist es kein Geist. Sondern die Monster selbst können Verderben auslösen. Und ich habe noch nicht festgestellt, ob man das irgendwie sehen kann, welcher Monstertyp das ist. Deswegen hier auch eher vorsichtig sein. Eher später nehmen. Zum Ende eines Ultimatums als am Anfang. Verringerte Wiederherstellung nutze ich auch mit meinem Bild zumindest nicht, weil ich diese Wiederherstellung brauche. Sonst sterbe ich zu schnell. Verringerte Reichweite kann ich auch nicht nehmen, weil ich eben auf den Wirkungsbereich gehe. Wenn ihr zum Beispiel ein Mini spielt und bei euch ist Wirkungsbereich völlig egal, dann könnt ihr das zum Beispiel nehmen. Dann ist das gut für euch. Stärkungen laufen schneller aus. Das gilt auch für unsere Flaschen. Das mag ich auch nicht. Möchte immer gebufft sein. Abklingzeiten. Kommt drauf an, ob ihr ein Bild habt, wo die Abklingzeiten relevant sind oder nicht relevant sind. Könnt ihr hier ansonsten das auch nehmen. Zunehmender erlittener Schaden. Auch eher etwas, was man vielleicht später im Ultimatum nehmen sollte. Weil wir hier langsam aber sicher immer mehr Schaden erleiden. Und das wollen wir natürlich eher später, wenn die Ultimatum nicht mehr so lange geht, als am Anfang haben. Nehme ich dann aber trotzdem mit, weil bis zu 50% klingt zwar viel. Aber man hält ja schon aus mit einem halbwegs defensiven Bild. Das gleiche für die zunehmende Monstergeschwindigkeit ist bei mir auch nicht so das Problem, weil ich die generell sehr oft einfriere mit meiner Eisnummer. Deswegen konnte ich das auch immer gut nehmen. Macht natürlich den Kampf ein bisschen schwerer gegen die Monster. Auch wenn ihr die sowieso einfach umnietet, sollte das auch kein Problem sein. Profane Monster kriegen nochmal extra Chaos Schaden. Auch gut für mich, weil ich immun bin gegen Chaos Schaden. Also auch wieder ein Mod, den ich immer nehme, wenn ich ihn kriegen kann. Weil er einfach nichts gegen mich macht. Und günstige kritische Treffer ist natürlich schlecht, wenn er sehr auf kritische Treffer geht, was ja 80% der Builds eigentlich machen. Deswegen hier ein bisschen aufpassen. Wenn ihr genug Schaden macht, vielleicht ist das möglich. Ansonsten ist schon wieder ein bisschen kritisch. Lähmende Flaschen. Hier könnt ihr euch auch immun gegen Lähmen machen, falls euch das irgendwie zu stark beeinträchtigt. Lähmen macht euch generell einfach langsamer, wenn ihr Fläschchen benutzt. Und ich möchte nicht verlangsamen werden. Außer eben, ihr seid immun gegen Lähmen, was ja auch zum Beispiel über implizite Juwel-Modifikatoren geht. Ihr könnt keine Fläschchen-Füllung erhalten. Kommt darauf an, ob ihr sehr auf eure Flaschen aufgebaut seid. In meinem Fall ja. Ich brauche meine Flaschen, deswegen nehme ich diesen Punkt nicht. Flüche werden reflektiert. Ist für mich auch irrelevant. Kann ich einfach nehmen. Blitzschaden von Mana-Kosten. Ist ein bisschen interessant. Das klingt übelst krass. Aber es ist nicht so wirklich krass, weil wir ja auch noch Blitzwiderstand haben, der dann da quasi in Frage kommt. Es sei denn, ihr spielt natürlich ein Build mit sehr hohen Mana-Kosten. Dann kann das schon wehtun. Ansonsten sollt ihr da mit eurem Blitzwiderstand eigentlich gut vorankommen. Deswegen dieser Mod nehme ich eigentlich auch immer, weil er kaum was gegen mich macht. Projektile hatte ich noch nicht. Tückische Auren. Eure Auren verwirken auch auf die Gegner. Fand ich bislang auch nicht so schlimm eigentlich. Habe ich eigentlich auch immer genommen. Gelegentliche Schwäche ist ganz lustig. Da machen wir für zwei Sekunden keinen Schaden mehr. Ist okay. Ist jetzt nicht ultra schlimm. Kann man mitnehmen, wenn die anderen Sachen viel zu schlimm sind zum Beispiel. Schwindende Ladungen. Wir verlieren sämtliche Ladungen. Das ist natürlich schlecht, wenn wir die Ladungen stacken oder sowas. Und die Gegner kriegen die. Die Gegner kriegen ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber auch das sind eigentlich Sachen, die man gut mitnehmen kann. Monster können nicht verlangsamt oder betäubt werden. Ist für mich schlecht, weil ich die gerne einfriere. Seltene Monster haben plus zwei zusätzliche Modifikatoren. Das kann richtig in die Hose gehen. Weil wir ja wissen, es gibt ein paar Modifikatoren für seltene Gegner, die richtig schwer sind. Oder den Kampf generell einfach schwerer machen. Wenn plötzlich dieser Ich-saug-dein-Mana-ab-Ring kommt. Oder die ihre Kuppel haben, wo man extrem langsam drin ist und so weiter. Oder deswegen das auch, wenn überhaupt, eher zum Ende eines Ultimatums nehmen. Das kann schon ziemlich schwer dann werden. Die Chance, Angriffsschaden und Zauberschaden zu blocken, ist furchtbar. Das hasse ich wie die Pest. Das macht ihr schon bei Expeditionen nicht. Weil wir dann einfach 50% weniger Schaden machen. Das nervt extrem. Monstertreffern kann nicht ausgewichen werden. Ist natürlich bildabhängig. Ich bin sehr auf Ausweichwert ausgelegt. Ich kann diesen Punkt nicht nehmen. Wenn ihr gar keinen Ausweichwert habt, könnt ihr natürlich diesen Punkt nehmen. Dasselbe für überwältigende Monster. Monstertreffer überwältigen sämtliche physische Schadensminderungen. Ich habe keine physische Schadensminderung. Mir ist das also egal, weil ich viel ausweiche. Monstertreffer sind immer kritische Treffer. Tut eigentlich weh. Man kann sich aber auch immun gegen kritische Treffer machen. Über eine Brustrüstung und so weiter. Kann man also mitnehmen. Kann man auch drum rum bauen, wenn man das möchte. Kommt auch nicht so oft, muss ich sagen. Das tut schon mehr weh hier. Wenn ihr tankig seid, könnt ihr das natürlich mitnehmen. Aber 50% des physischen Schadens als Extraschaden jedes Elements ist schon mehr Damage generell. Wenn ihr tankig seid, nehmt ihr das mit. Ansonsten habe ich es immer weggelassen. Monster haben plus 50 zu 1 Widerständen. Ist gut für mich, weil ich die Meisterschaft nutze, dass ich die Widerstände invertiere der Gegner. Das heißt, ich mache dadurch dann mehr oder weniger gleich viel Schaden. Monster unterdrücken Zauberschaden und erhalten erhöhten Ausweichwert. Habe ich bislang noch nicht genommen, weil Zauberschaden unterdrücken ziemlich schwer ist. Ich weiß nur nicht, wie das mit dem Ausweichwert ist. Ob man das merkt, dass man dann weniger trifft. Das habe ich bislang noch nicht ausprobieren können. Und Monstertreffer entfernen 10% des erzteiligen Energieschids und Manas. Das ist sehr schlecht für mich persönlich. Deswegen konnte ich das bislang nicht mitnehmen. Und Mana-Abzug ist eigentlich immer relativ ekelhaft. Es sei denn, man hat so viel Regeneration oder Raub, dass das nicht so schlimm ist. Man kann bei den Modifikatoren keine wirklich allgemeingültige Aussage treffen, weil es immer sehr bildabhängig ist. Ihr werdet dann, wenn ihr Ultimatum macht, nach und nach feststellen, was für eurem Bild gut läuft und was nicht so gut läuft. Und könnt euch dann immer entsprechend entscheiden. Und noch ein letzter Hinweis zum Schluss. Es gibt in dem Crimson Temple, in dem Blut-Tempel-Map, die ich ja immer so gerne laufe hier, das ist die hier, warte, 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 Blut-Tempel, Crimson-Tempel. Dort gibt es manchmal Stellen bei Ultimatum, wo man sich in so eine Ecke vergriechen kann. Und wenn man dann zum Beispiel das Ultimatum hat, wo man nur überleben muss, kann man sich in die Ecke stellen und muss quasi nichts mehr machen, weil warum auch immer, ist wahrscheinlich verbuggt. Dort dann keine Chaos-Wolken spawnen und auch keine Kreissegen, die in einen zufliegen. Man ist da generell geschützt vor den Monstern, die so generell spawnen, zumindest die meisten davon. Es ist irgendwie so leicht verbuggt. Hilft natürlich aber, das Ultimatum zu bestehen, weil man da einfach nur stehen bleiben muss und sonst nichts mehr machen muss, weil die Hälfte der Mods, die man auswählt, einfach nicht mehr aktiviert werden durch diese Ecke. Das also mal so als letzter Hinweis an der Stelle. Deswegen würde ich das gerne immer auf der Blut-Tempel-Map machen. Es gibt es bestimmt auch bei anderen Maps, wo man so gucken kann, ob es irgendwo Ecken gibt, wo man sich verstecken kann, aber ich habe das durch Zufall rausgefunden und seitdem mache ich das eben auch auf dieser Map. Vielleicht wird das irgendwann gefixt, vielleicht wird sich generell nochmal einiges ändern in Ultimatum. Das würde ich dann bei Bedarf unten in die Kommentare schreiben. Was ihr in die Kommentare schreiben soll, sind noch Fragen, wenn ihr welche habt. Ansonsten schaut gerne mal bei Twitch vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.